Wir nehmen 45 Minuten oder da, so lange tehen wir, also haben wir fast vier, nee, drei Parts. 3 ist auch kritisch, ja, dann haben wir noch Parts bis, also wenn du Samstag einen hochlädst, Samstag, Sonntag, Montag. Ja. Wie schlecht. Oh, Obsidian. Durch Dingens. Vielleicht sollte ich dann spätestens morgen, nehm ich auch wieder Terraria auf. Ah ja, auch keine Parts mehr. Ja. Wie man bereits bestimmt schon bemerkt hat. Ja. Ja, aber so ist das. Kann ich alles haben. Bam 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 bam. Steine. Vielleicht geht's erstmal schön zum Augengeschäft, meine Brille abholen, ey. Du kriegst ne Brille, ja? Ja, wusste ich aber schon vorher, weil ich hatte immer mal ganz früher eine. Ich trage halt eine. Echt? Ja. ja, ich hab schon eine Ewigkeit, seit wieviel, ja, keine Ahnung, seit ich drei oder so bin ja, jedenfalls ich naja, das wusste ich eigentlich, dass ich eine Brautabdien nur nie aufgesetzt und jetzt auch wenn ich die neue Brille auch nicht habe, nur ich muss sie aufsetzen wegen Führerschein ja, ach so hast du ja geschrieben, machst der Führerschein grad, ne? mhm, gestern ja, genau, dafür brauch ich halt diese scheiß Brille das sieht so kacke aus, ne? ja und, ich setz die O-Plus auf, wenn ich am PC bin weil ich sonst auch bei... und was? weil ich sonst Augenschmerzen krieg wenn ich Kopfschmerzen krieg, so warum grüß Kopfschmerzen? wenn ich die ganze Zeit so aufm PC guck, ohne Brille, dann krieg ich irgendwann Kopfschmerzen na, da will ich auch ranne tragen, ich krieg keinen, ich ist selber mit dem aufgefahren ja, das heißt, ich weiß gar nicht, ich dachte ich das normal, aber anscheinend kann man wohl noch ein bisschen klarer sehen als ich es kann ja hier ist viel Gravel, hier ist La Puzzi-Bulli oder La, 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 Pizzi, La, Zudi oder wie das heißt scheiß Name ich hab's immer, als ihr das oder, als ich gesehen hab, da war ein Kumpel bei mir, hab ich gesagt La Puzzi-Bulli ja, wie ein Fall ja, so, La, Klavac-Fällen brauchen wir gar nicht mehr, ich hab ja schon wieder zwei gefunden brauche ich nicht wo wird hier lang nirgendwo ähm so ich muss hier echt aufpassen ich baue mir noch mal einen zweiten Ofen, denn mein Glas dauert nicht so lange das macht ja ganz viele ne, die Stein hab ich nicht so so bam 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 was kommt man für, was sind die Messer vom Ofen? Öfen? Öfen ja, das möchte ich noch nie gehört? äh, ja schon, was wird sich kackern ja, noch ne Lavaquelle äh, ja schon, ich muss doch mal wieder zum, zum über die Lava gehen, was sehr schlau ist äh, so bam 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 warum bin ich Junge? was? nichts kiel gravel gra PRO gra 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 atm intel gam na br total richtig r aprovech Will اع na ok kommt so viel habe ich sechs dabei oder Kohle weiß nicht das ist natürlich nicht so gut dann geh jetzt zurück und mal jetzt einfach links weiter aber jetzt nicht so viel stein dabei du brauchst du noch für das X du brauchst nur noch für das X wie viel viel keine Ahnung mehr so viel nicht keine Ahnung ich habe keine Ahnung was ich verstehe nicht wie du das vorstellst was willst du noch machen in dem X das ist ein Lagerraum da sollen fast nur gelagert werden klingt interessant ja ah da bist du ich sehe dich ja schon ich bin gerade aus meiner Cave verschwunden meine Cave ist da unten ist einfach ein Loch da siehst du mich etwa nicht doch ich sehe dich Zombies sind verbuggt da wo ich sehe gar keine Zombies da mehr da hinten bei der Sandklippe da nicht geschafft hast zu zerstören natürlich habe ich das aber die Welt ist ja 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 das ist also so ist da ist heruntergefallen wer guckt sich die Parts eigentlich nochmal alle an und siehst du dann aus ja mach ich ich gucke mir immer noch manchmal habe ich Bock auf guck ich mir die an ich bin mit meinen Gelauern meistens kein Mann hinzunehmen so wie mache ich das denn jetzt hier da oben muss ein Stein weg da muss ein Stein weg und da muss ein Stein weg und da muss ein Stein weg glaube ich gucken wir mal ja das könnte so hinhauen ja dann mache ich erstmal die Seite da fertig ich boah was ist das denn hier für ein Bug hier ich fahre unendlich Steine einfach runter ins Wasser an da und zu Bug sagt da jetzt nicht mehr rumcheaten ey ich weil ich nicht ins Wasser fallen will weil es mir auf den Sack geht naja ich setz mich mal hin und guck dir zu mach doch aber wir müssen auch nochmal in der Hölle ich brauche ein Klochsturm nein ich vergesse man es nicht sch guck mir was du essen für wo ist ein Klochsturm ähm Umrüst oder die Enden vom X immer will ich mit Klochsturm machen ja dann mit viel Spaß in Hölle willst du nicht mitkommen natürlich möchte ich mitkommen was ist das denn für eine Frage die jute alte Hölle die Gäste sind eh am kurzen da die Gäste sind eh am kurzen da so ich baue jetzt hier einen Zaun ja Zeunde so hast du es bei Ebay gesehen? ja wollte ich aber und dann war schon weg was du hast irgendwie ein link gepostet oder was meinst du jetzt ich hab noch kein link gepostet ne wovon da warst du gerade ich von ich erwarte mich mal zu ende haben reden was soll ich meine die 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 freie ehegurke hast du es schon gesehen da hat einer so eine vergammelte gurke reingesetzt er hat er geschrieben ja um hundertprozentig hier ist frei bei den übrigen sollen die dunkel ist etwa ein paar wochen im dings lag im kühlschrank also die ist dann angegammelt aber die ist eh hegfrei und die steht jetzt auf 10 millionen ey was nein scheiße du hast was vergessen bei meiner farm du hast kaputt gemacht eigentlich was so wichtig ich schuldigung ich glaube auch die ganze in welchen ich habe er schuldigung die hohe ja der machte eben was eben das Gras der Weckung aus der Steine und jetzt auch er schlafen und nehmen wir sofort Ja... Sack, machen wir erstmal einen Stack Fackeln und dann hau der drin. Scheiss Schweine! Spawnt das hier, ich glaub es hackt! Ach falsch, da wolltest du ja gar nicht reinhauen. Schaufe kann ich auch gleich machen. Vielleicht solltest du mir die vorher machen, wird schneller. Wird schneller. Ja. Ich mach mal Glas in die Kiste, ne? Und mach das. Äh, in die zweite von rechts mach ich das mal. Ne, das. Zack, Samen da weg. Hm, Schaufel wollte ich machen. So. So, dann hab ich hier noch Stein. Aber hier noch Stein, ja ein bisschen. Da nehm ich mir ein bisschen Essen mit. So. Bist du fertig? Nein. Ne, warte. Oh, ist mein Inventar voll? Ne. Fuck. Kannst du auch nicht aufheben? Ne. Hey, ich auch nicht. Was? Ich kann die auch nicht aufheben. Die was denn? Na alles. Ne. Warte mal, meine Sticks kann ich wieder aufheben, wenn ich die wegschmeiße. Aber das. Ja, meinen Stein auch, den ich wegschmeiße. Aber das ist ja was, warum ich kann ich nicht aufnehmen. Ich auch nicht. Ne. Hey, das konnte ich jetzt gerade, aber das kann ich eben nicht. Hm. Ah ja, die Technik immer. Bam. Oh, hier ist Glas. Willst du hier nicht hier oben nochmal ein paar Fackeln hin machen? Sonst brauche ich hier noch was. Was soll ich das eben machen? Ja. Was? Ja, ja, ja. Kannst machen. Hm, wie mache ich das denn? Weil das wird eh noch da oben oben gebaut. Okay. Au scheiße gleich. Was? Wie spät ist das denn? Warte. Scheiße, ist schon so spät. Wie? Warte mal ganz kurz. Ich bin ganz kurz weg. Okay. Da ist der Tim weg. Ähm. Wie viel frei lassen? Drei. Eins, zwei, drei. Zack. So macht das. Eins, zwei, drei. Eins. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Was geht denn jetzt? Eins, zwei, drei. 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 Achso. Ist richtig. Ich dachte schon. Bis zu erwarten, bis der Tim hier kommt. Wo ist? Wo schieß einer? Tim, du wirst angeschossen. Du wirst angeschossen, ja. Und du solltest mal dein Mikrofon wieder enden, Jürgen. Warte mal gerade. Das war cool. Boah. Skelettchen, Mike fertig. nicht. Komm her hier. Boah. So. Wie sieht's so mal nicht aus, wenn nicht neidwischen anhat. Zack. Ein bisschen heller. Der Rest kommt. Tim, Tim. Und Tim läuft wieder. Aber ich höre ich nicht. Sollte sein Mikrofon wieder entmuten. Timmy Mann! Kannst mal aufhören mich zu vergewaltigen? Lass mal erst pengen gehen. Ja, gute Idee. Ich krieg gleich einen Rückruf, ne? Also von daher nicht erschrecken. Das lässt sich leider nicht vermeiden jetzt. So, sind hier grad welche? F9? Äh, F3, mein ich. Dieser Anruf entscheidet meine komplette Zukunft. Pizza Express? Nein. Optiker. Oh, ne Spinne. Spinni, Spinni. Oh, fick dich! Nein, das fehlt mir noch ganz wenig Stein. Ich brauch so ein komisches Ding, damit ich den Garten wieder umgraben kann. Ne, Sense. Oder wie ihr Ding heißt. Ja, Entschuldigung. Nein, ich bin kein Stein mehr. Ich bin ein Vollidiot. Kein Kommentar jetzt bitte? Ach, dann die 19 Stein, hast du den mal wieder ausgeklaut, Anne? Ja. Dankeschön. Bitte. Gängeschehen. Toll, er ist Borchstein. Und der Stein in der Rade ist auch nicht da. Nein. Damdamdam. Ey, das ist ein Creeper. What? Ein Creeper. Ich will Creeper jetzt mit dem Ei ab. Mach doch. Nein, der nimmt ja keinen Schaden dadurch, glaube ich. Sieht bloß so aus. Na, das könnte es nur eine optische Täuschung. Das ist auch ein Creeper, kann ich nicht mal nur Steinen ins Farmen gehen? Ey, Diamant, haha. Echt? Ja. Was ist denn das jetzt gecheatet? Ja, 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 gecheatet. Kleiner Cheater, ey. So. Was ist das denn? Drei Diamanten habe ich gefunden. Hast du das so gemacht? Was? Schon, schon, ich habe gerade so ein bisschen... Ich habe viel...